moin freunde wuki immer noch im langzeiturlaub deswegen heute von mir die ansage gegen fanatics gaming erste map tremo es ist direkt spannend direkt da musste ich die polizei rufen nichts anderes mehr zu machen die musste das dann auch aufkehren oder liegt schon einer einer hinterm helie einer im haus ist hochgelaufen die treppe alles voller rauch da er ist nach oben zieht ab hinten dann zum heli hennig ist oben also ist noch nicht er ist wieder hochgegangen hochgegangen noch oben ja ist natürlich jetzt eine ziemlich blöde situation war über hennig aber legen legen alle drei ich war jetzt weiß dass ich hier bin jetzt warte ich noch erst mit seiner klettert jetzt oben noch hoch glaube ich schätze ich mal kam den netten alter der ist oben im gelben und dann kommt er oben gelb geil ja das war der was loch rein und du bist ich hab ihn angeschossen ja letzter drei was soll ich jetzt machen den abschießen oder so jungs konzentrieren wieder ein bisschen was war da eigentlich los mal kevin und luco er ist raus er hat angeht euch hochzulaufen ist dann rausgekommen und für mich lag für mich lag einfach nur auf dem boden von unten nach oben gegangen doch ich gerade reingeklettert wird ein bisschen hätte sollte unten dinge müssen ja habe ich den habe ich da habe ich einen geholt also ich komme todes spät mal kevin richtig kommt auch wieder rauf ich ziehe es ist einer gepusht christ hat jetzt jetzt muss ich ja einer muss rüber 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 einer pusht einer verbrannt einer sind amelie der war sind amelie die dauerung einer verbrannt unten habe ich bombe war leuchtfeuer oder liegt noch eine backup time fail er hat sich genau eingelegt einer ist noch bei der bombe 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 ja habt den habt den einer noch 3 und 1 ich habe auch nichts gesagt also nichts gesehen so gesehen du bist so ein schmatz da sony entertainment gewartet hat sich rausgehauen nur ich bin auch drinnen hat es mir nur angezeigt sehr freundlich jetzt auf b links links link aber hennig was muss ansagen ja das heißt doch selber ich habe gerade geschlagen du schlägst hier davon abgesehen hatte ich den ja hundertprozentig sicher naja kenne ich auch von daniel hundertprozentig pflege zelt steht einer zelt steht einer dran habe ich pflege unten unten verbrannt habe ich ich mache kein backup ich bin verbrannt oben dann macht keiner ich jetzt backup oh backup oben auf dem kiosk drauf ist er damit gerechnet ist runtergesprungen geht richtig verbrannt bin ich nicht hängen unter was los mit dir let's start oben verbrannt runtergesprungen ich werde damit gerästet wer macht denn eigentlich backup bei uns eigentlich ich aber ich sollte verbrannt gehen ich sollte verbrannt gehen ja deswegen müsste das dann eigentlich Phil wenn du runter springen sollt springst du oder was Phil sollte das machen naja entschuldigen die Böne ich soll das machen ja noch gar nichts von gehört doch was war der ist so gesagt doch gar nichts von gehört du hast doch gar nicht wie du das spielen sollst ne einer furcht geht mitte rein habt ich gehöte tanning richtig richtig oben verbranntes sitz warum bist du beim polizei dauer das war der genau noch drei getränkautomat luco getränkau ich sehe wenn er zur A-Bamme läuft über timefill machen bist du Daniel im verbrannten oder ne ne kiosk noch ich guck wo der andere ist ich hab ihn aber schön noch zwei ich gehe oben achso da bist du schon ja egal dann mach ich das jetzt einfach warum bist polizei Autor gewesen da sind nur noch zwei einer nur noch Christa liegt ein bisschen ungünstig unten hospital oh nein die steckt fest oh luco man ich wollte runter so ne Eierfeile ist Richtung eigenen Spawn hinten gelaufen ja wir probieren letztes wir probieren nochmal A-Joks nochmal ein schönes A-Ding machen auch so für die Kameras so ein bisschen die was Gamera hat er gesagt die Gamera genau also jetzt A Achtung Soundcheck von wo habe ich das denn überhaupt gesagt was wo ich das gesagt habe mit dem Soundcheck du hast Soundbuck gesagt Soundcheck Soundbuck habe ich bestimmt nicht gesagt doch er hat sagt es sei ein das ist der weiß und Henning das auch das sind zwei naja alles gut ich bin schon mal aber wenn ich gucke ich glaube ich bin hinten in der Mitte Mitte ziehe ich mal drauf einfach ganz aber zähle ich so weit Zeit oh ne der liegt ganz oh mein Gott er geht Richtung Brücke wieder hoch Henning muss noch ein bisschen rechts gucken naja schlecht Ex-Henner bei Henning bitte gucken warte ich guck ex-Henner bei Henning ok ja alles guck ich guck ich sag wenn dir was entgegenkommt ich sehe es also wo ist die Telling auch guck ich jetzt einfach hinter dir oben auf dem Dach oben auf dem Dach ja vielleicht mal weg zwei noch Jungs vier gegen zwei zwölf Sekunden Dach down noch letzter mediterrane als vom Heli wo kommt denn die jetzt her Heli vor dem Heli der ist Heli reingerunden der ist unten der kommt ne Semtex aus dem nichts irgendwie Semtex hat er gesagt Semtex Semisemtex ja ich bin schon mal zurückgeschossen sie sind die Semisemtex das hat was warum lacht der das weiß nur und ich hab selbst auch mehr lacht Silvi Semtex Entschuldigung eigentlich hab ich Semmi gesagt aber lassen wir's keine Ahnung wer ist der so ich hab niemanden gesehen genau er hat doch noch einer hast du noch einmal habe ich eine Wurde bei dir das dann ins Leuchtfeuer gestern im Leuchtfeuer ist gestern Pass auf ja ich werde ja da war nichts mehr hin und dann gehörte auch hinten ist einer haben auch noch einer geht wieder unter die Treppe Richtung Bombe Luka auch scheiße er schade habe ich gerade nicht gesehen doch was im grünen in den grünen Tinkenden Bombe das Bombe ich bin am Leben der Henning hat nicht geguckt also ja gelap oben sniper sniper oben bei B ja oben B drin einer down ja das ist letzter Bombe liegt hinten bei B alles klar Luka mach mal klare Ansagen ich hab gerade bei dir geguckt und hab nur oben gesagt er lag da drin Phil ich weiß nicht ob das der noch ist es war mal gesagt dass wenn du bei mir mitguckst gucken sollst ja ist gut wenn er zu B-Bombe läuft über eine lange Seite dann hab ich ihn ja ist alles zu verbrannt ist auch zu und wenn alle tot sind soll nur Henning reden damit ihr bescheid wisst ja ist verstehst du auch nicht warum Chris hier so viel labert ist Arschloch hat er nie gesagt weil ich davor schon da lag so dann A oder B Henning wir gehen noch mal auf rechts Bomben-A Bomben-Squad-A Squad allein Herr Henning ich geh diesmal noch mal durch die Mitte Luka der steht da jetzt wieder hin Henning hast du gehört ja hab ich gehört ja ich helfe einmal bei der Mitte mehr der steht wieder dahinten ja ich weiß ich muss noch abziehen da zieh wieder schnell oh unten B unten B TX äh Mittelgang Mittelgang geht der zieh ich drauf Einer Mitte ja ok geht aber nicht äh ich seh nicht von einer rechts Luka Luka ist extern bei dir oben gelb hinten einer unserem Spawn Chris ist durch ist durch hat er einer Bombe habt ihr Bombe im Blick ja hab ich jetzt da drin unten bei Luka Notaufnahme Vorsicht Notaufnahme hinten beim Henning hat sich da hingelegt Notaufnahme ist down sauber sauber die Bombe ich seh Bombe ja alles gut Notaufnahme noch einer ja kommt raus geht Leuchtfeuer sauber schön Jungs Jack machst du ja nicht selber Screens jetzt oder äh ja kann ich gern machen schön oh ich dachte so du willst dass ich als Co wieder etablieren wenn dann Lieder und Lieder macht gar nichts weil er ihre Leute rausschmeißen die Auffassung ist definitiv falsch schade Jack war ne schöne Zeit letzter CE ja ich wechsle auch danach wieder Rauch ich hab gehört Bulletproof suchen noch mach die Boys auf sauber Bombe ist da und offenes Feld rum auf dem Dach rum auf dem Dach ja einer war auf dem Dach ich guck mal hin Mitte durch Mitte durch geht ihr zurück du bist du ich geh hoch gerade das ist jetzt bei uns tue ich hier der Obenloch steht vor Obenloch sauber weg eine Stück Bombe gucken kurz wäre super freundlich Kletter Achtung wollte ich nur Bescheid sagen Leuchtfeuer hat mich Leuchtfeuer hinten drin steht immer noch vorne habe ihn einer noch die Bombe liegt mitten auf der Straße und den freien Kamera beobachtet Henning nein er ist halt nicht oben noch gelb ich schau extra wenn man unten geht ja ich selber bin noch ja oben gelb oben gelb ist aufs Dach gegangen den schafft er von der Zeit her kaum da war er oder war Bombe platziert egal dein Ernst er hat Sniper Henning hätte ich jetzt holt Henning aber guck mal ich war doch mit allen Schüssen drauf also was soll ich da machen wenn ich mir jetzt einen Schuss gemacht ja aber wenn ich drauf bleibe und du hast auch die Bombe geschossen die Emata Spiel schuld ja komm ich hab's ja zum Glück geholt aber war natürlich affig ich wollte den Abschuss machen haben wir das auch wieder puh mal gucken wie es auf der nächsten weiter geht so Freunde 7-1 gegen Fanatics Gaming erste Map Tremo bleibt dran Jacks letzter CW für die Hamburger Hänger es bleibt also schweiz 129 Standart unangs 1 Prof. Austen 3